Ja, jetzt komm, na los. Steig auf, wir müssen los. Halt, halt, warte. Was? Wohin fahren wir? Ich will nicht. Es ist nur ne kurze Fahrt, Buser. Dann kriegst du den Kopf frei. Fahrt? Ja, ja, okay. Das ist gut. Luft, okay. Wohin fahren wir? Leak! Weißt du noch, als wir das erste Mal raus sind aus Farewell, wie das war? Ja. Ich erinnere mich. Die Highways waren vollgestopft mit Autos. Da waren so viele Leute. Alle auf der Flucht. Sie dachten, wenn sie nur schnell genug sind, dann könnten sie irgendwie entkommen. Ja. Niemand war schnell genug Buser. Niemand hat das vorausgesehen, so wie ich. Und als sie endlich Scheiß drauf sagten und losliefen und schließlich rannten, dann war es zu spät. Zu spät. Und ich weiß noch, die Freaks zu sehen, als sie kamen. Tausende von ihnen und diese, diese ganzen Dummköpfe einfach überrannten. Ja. Ich erinnere mich. Wenn man sowas sieht, weiß man, dass es nur ne Frage der Zeit ist, bis wir dran sind. Nichts kann es aufhalten, Buser. Rein gar nichts. Aber weißt du, warum wir weitermachen? Nein. Weil was zur Hölle sollten wir sonst tun? Ja. Ja. Ich fühle meine beliefs und home surrendern. Aber ich weiß, dass ich sein kann. Ich weiß, dass ich das wieder zurückkann. Ich weiß, dass ich da wieder zurückkann. Ich weiß, dass wir wahrscheinlich nie kommen kommen. Es ist wie die Insel, die wir alle verteidigen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020